3. Oktober 2024, Tag der Deutschen Einheit. Während der Feierlichkeiten im Staatstheater ergriff Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort und nutzte seine Rede, um ein bemerkenswertes Signal zu senden, allerdings nicht der Einheit, sondern der Spaltung. Mehr als 30 Prozent der Wähler in Ostdeutschland, Hessen und Bayern ließ er durch seine Worte spüren, was er von ihnen hält. Nicht viel. Es ist nicht neu, dass Scholz die AfD und ihre Anhänger scharf kritisiert. Doch am Tag der Deutschen Einheit, jenem symbolträchtigen Datum, an dem wir der Wiedervereinigung und dem Ende der SED-Diktatur gedenken, scheint er einen besonderen Anlass gesehen zu haben, den Ton zu verschärfen. In seiner Rede warnte Scholz eindringlich vor den Populisten, die die freiheitliche Demokratie bekämpfen. Ein Seitenhieb auf die AfD und ihre Wähler. Das schadet Sachsen, Thüringen und Brandenburg, das schadet Hessen und Bayern, wetterte der Kanzler. Man könnte meinen, er hätte am liebsten noch jedes Bundesland aufgezählt, in dem die AfD auf dem Vormarsch ist. Doch die Stoßrichtung bleibt klar, diese Partei ist nicht nur eine Gefahr, sie ist der Feind. Die Botschaft ist kaum zu verkennen. Wer AfD wählt, ist unvernünftig, unanständig und nur daran interessiert, zu motzen, statt anzupacken. Es ist eine pauschale Verurteilung von fast einem Drittel der Bevölkerung, die in den genannten Bundesländern ihre Stimme der Alternative für Deutschland gegeben haben. Ein Wähleranteil, der in den kommenden Wahlen noch größer werden könnte. Scholz, so scheint es, verkennt völlig, dass diese Menschen den Altparteien misstrauen und sich von der AfD echte Lösungen erhoffen. Die Verurteilung von populistischen Bewegungen mag auf der Bühne groß klingen, doch seine eigene Partei koaliert ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpommern mit den Linken. Jener Partei, die offiziell die Nachfolgerin der SED ist. Ja, genau jener SED, die Scholz in derselben Rede als Diktatur verurteilt, die für den Mauerschießbefehl verantwortlich war. Mit anderen Worten, in Schwerin, der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, regiert eine Koalition aus SPD und Linken auf genau jener Bühne, auf der Scholz gleichzeitig die düstere Vergangenheit seines eigenen Regierungspartners anklagt. Eine bemerkenswerte Dissonanz, die auch in Bremen und Thüringen, wo ähnliche Bündnisse existieren, nicht zu vernachlässigen ist. Die Partei, dessen Vorläufer und sogar Teile dessen politischen Personals jahrzehntelang den real existierenden Sozialismus aufrechterhielten, wird heute als Koalitionspartner akzeptiert, während die AfD als die größte Bedrohung für die Demokratie und für Deutschland dargestellt wird. Übrigens nicht nur die SPD koaliert mit Linken, auch die CDU plant derzeit ein solches Bündnis in Thüringen mit der BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Noch einmal zur Klarstellung. Die Linke ist rechtsidentisch mit der SED. Diese historische Verbindung wurde sogar gerichtlich bestätigt. Eine Partei, die ihre Vergangenheit nie wirklich abgelehnt hat, wird heute als Partner betrachtet, während die AfD dämonisiert wird. Es ist bezeichnend für die Kartellparteien, dass die AfD als das Hauptproblem dargestellt wird, während man die eigene Verstrickung in die historische Schuld mit der Linken gern übersieht. Die Wahlkampfstrategie von Olaf Scholz scheint darauf zu setzen, den moralischen Zeigefinger so hoch zu halten, dass niemand die eigenen Widersprüche bemerkt. Vielleicht bemerkt er sie nicht einmal mehr selbst. Würde man ihn in Zukunft danach fragen, kann er sich bestimmt nicht daran erinnern. Während die Einheit Deutschlands gefeiert werden soll, stellt Scholz den Menschen, die eine andere politische Meinung vertreten, ein vernichtendes Urteil aus. Sie sind die Unanständigen, die Motzer, die Unvernünftigen. Die Frage bleibt, wie lange er glaubt, dass solch eine Strategie funktionieren kann, ohne die AfD endlich inhaltlich anzugreifen und seinen eigenen desaströsen Kurs zu korrigieren. Und so endete der Tag der Deutschen Einheit in Schwerin nicht als das Fest der Einigkeit, sondern als ein weiterer Beleg dafür, wie weit sich die politische Klasse von den Bürgern entfernt hat. Scholz hat einmal mehr bewiesen, dass er keine Antworten für die Sorgen und Nöte der Menschen hat, die sich von den etablierten Parteien abwenden, außer sie zu beleidigen. Das war es mit dem aktuellen Video und meinem Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit. Wenn ihr hier auf dem Krauzone-Kanal in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr uns und unsere Arbeit noch weiter unterstützen möchtet, dann solltet ihr ein Abo für das aktuelle Krauzone-Magazin abschließen. Derzeitige Ausgabe, sehr spannend. Es geht vor allem um die Unterschiede zwischen Ost und West. Und mit dem Code MORGENSTERN erhaltet ihr 10% auf ein Abo. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.